KULTURGUT STENNO BEWAHREN Lieber Jochen, liebe Stenno-Freunde, es geht allerdings um viel mehr als eine vom Aussterben bedrohte Gruppe von Parlaments-, Gerichts- und Verhandlungsstenografen. Es geht darum, das KULTURGUT STENOGRAPHIE zu retten. Nach Ansicht des Posters kann dies nicht durch Hinterzimmer, Stenografie oder abgeschottete, geschlossene Benutzergruppen bewerkstelligt werden. Vorschlag Facebook-Gruppe Stenos von geschlossen auf offen umstellen Forschungsstätte ebenso öffnen Meisterschaften öffentlich übertragen Wie eine größere Öffentlichkeit es von Fußball, Schach und sonstigen Meisterschaften kennen und schätzen gelernt hat Einen offenen Steno-Video-Dialog in YouTube schreiben Eine online präsente, sichtbar stenografierende Social Community aufbauen Vielleicht schreibt jemand diesen Text öffentlich als Steno-Video Das bedeutet auch dieser Text kann in verschiedenen Stilen wiedergegeben werden, kopiert und wiedergegeben werden Verkehrsschrift, Altschrift, Redeschrift, hohe Praxis Danke 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 Vielen Dank.